Hallo und willkommen liebe TYPO3-Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Lange ist es her, ich habe lange nichts mehr aufgenommen und ja, Grund ist, dass ich dieses Jahr wieder auf den TYPO3 Developer Days war, so wie eigentlich jedes Jahr in den letzten Jahren und jedes Mal sitze ich da und denke mir, ja, du musst unbedingt mal wieder Videos aufnehmen. Ja, und dieses Jahr habe ich sehr viel mich mit einem TYPO3-Kollegen dort unterhalten und zwar mit dem guten Wolfgang, Wolfgang Wagner. Der eine oder andere mag ihn vielleicht kennen. Der ist das ziemliche Gegenteil frisurtechnisch von mir. Der hat nämlich nicht ganz so lange Haare. Ja, und wir haben uns lange unterhalten, das eine oder andere, also die eine oder andere kalte Apfelschorle mit weißem Schaum obendrauf getrunken und ja, dann kam irgendwann so eine Challenge auf den Tisch. Ich blende das mal eben ein, so, das habe ich bei Instagram, ne Quatsch, wie heißt das, bei LinkedIn gepostet. Und ja, das ist sozusagen eine kleine Challenge, dass ich innerhalb von vier Wochen eine neue Videoserie beginne. Ja, und das werde ich jetzt hiermit tun. Den Post, also unter Thomas Anders findet ihr mich. Ich heiße Naderio, eigentlich so im Netz und bei LinkedIn bin ich als Thomas Anders zu finden, das ist mein normaler Name. Genau, und ja, folgt mir gerne bei LinkedIn. Ich connecte mich da sehr gerne mit euch. Und ja, die Challenge war eben halt eine neue Videoserie und da ist ja nichts besser als passend zu Typo 3 Version 13, die wir momentan haben, eine neue Serie Extension Entwicklung für Anfänger. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen spät dran mit den Videos. Ja, alles ein bisschen steißig. Zwei Kinder und Arbeit und so weiter und so fort. Ihr kennt das vielleicht selber. Ich hoffe, ich schaffe, ich schaffe das noch rechtzeitig abzudrehen, zumindest den ersten Part und hochzuladen, bevor die Frist endet. Ich spoilere das kurz, man sieht es hier oben. Die Frist ist sozusagen fast zu Ende. Ich glaube am 08. 07. 08. bin ich nicht ganz sicher. Ja, es ist also sehr kurzfristig und ich werde einmal so ein bisschen durchgehen, was ich für eine Extension hier programmieren möchte mit euch zusammen. Ich werde auch versuchen, alles möglichst langsam, so ein bisschen versuchen, ein bisschen auszuführen, wo Probleme auftreten können. Wenn Fehler passieren, die werde ich nicht rausschneiden. Das ist unter vielen Videos, die ich bisher gemacht habe, immer sehr gut angekommen, dass Fehler dann nicht rausgeschnitten werden, sondern dann aktiv gesucht wird. Warum ist das jetzt passiert? Was ist da das Problem? Das werde ich natürlich auch weiter beibehalten. Genau, und dann schauen wir uns jetzt einmal so ein bisschen an, was wir in dieser Serie entwickeln wollen. So, Extension-Entwicklung für Anfänger. Im Titel sagte ich bereits, Aufbau einer Extension für die Pflege einer Buchliste. Also wir wollen hier eine Extension machen für eine Buchliste. Das heißt, für die Menschen, die gerne lesen, viele Bücher lesen, eine kleine Extension, wo die ihre Bücher erfassen können. Das Plugin soll im ersten Step, bzw. die Extension, umfasst im ersten Step zwei Plugins. Eins für eine Buchliste und eins für eine Detailseite. Das heißt, man hat eine Liste, wo alle Daten drinstehen, die ein Buch hat. Und eine Detailseite, wenn ich auf so ein Buch draufklicke, wo dann noch ein paar Details stehen. So, die Buchdatensätze werden über das Backend eingepflegt erstmal. Und in dem Buch sind dann verschiedene Felder dran, so wie der Titel, der Autor, die ISBN-Nummer, was alles ganz normale Input-Felder sind. Eine persönliche Zusammenfassung über eine Text-Area oder beziehungsweise eine RTE. Dann vielleicht noch eine Bewertung mit Sternen, also als Dropdown, wo ich sagen kann, ein oder fünf Sterne. Also eins bis fünf Sterne. Dann vielleicht noch ein Kaufdatum, dass ich weiß, wann habe ich mir das Buch gekauft. Wann habe ich es fertig, also eine Checkbox für fertig gelesen, dass ich habe es durch. Und dann gibt es auch noch ein gelesen Datum. Das Feld erscheint dann, wenn fertig gelesen angeklickt wurde, erscheint ein neues Feld, wo dann eben halt das Datum drinsteht, wann ich das Buch abgeschlossen habe. So, das ist jetzt natürlich beliebig erweiterbar, aber das soll es jetzt für diese Extension, die wir gemeinsam erwerben wollen, erstmal sein. So, dann haben wir die Plugins und das sind ja die Plugins, die im Frontend angezeigt werden. Das Listen-Plugin, das umfasst eine Liste aller eingegebenen Bücher in alphabetischer Reihenfolge. Jedes Buch, das verlinkt aufs Detail-Plugin. Das kann ich also anklicken, kommt auf die Detailseite des Buches. Da ist natürlich dann auch der Titel des Buches zu lesen und ein Icon, was eben halt anzeigt, ob ich das Buch schon fertig gelesen habe, ja oder nein. So, die Detailseite, die umfasst eben halt alle Daten, die wir hier oben eingegeben haben. Unter anderem auch die Bewertung mit Icons und ein Link zurück zur Liste. So, das soll dann für den ersten Umfang alles sein, was wir in diese Extension einbauen werden. Und damit müsste man eigentlich schon einen sehr guten Einblick bekommen, wie funktioniert eigentlich so ein Plugin. Wie registriere ich das Plugin, wie konfiguriere ich das Plugin und wie erstelle ich überhaupt diese Extension. Also wir wollen natürlich die Extension from scratch erstellen. Das heißt, wir starten mit einem komplett leeren Typo3-Projekt und erstellen dann von Null auf diese Extension. Wir werden alle Schritte gemeinsam durchführen, da wird nichts irgendwie nicht mit aufgenommen. Das heißt, wenn wir hier mit durch sind, könnt ihr im Prinzip eure eigene Extension Kick starten mit beliebigen Plugins, wie ihr wollt. Und genau. Für spätere Weiterentwicklungen habe ich mir auch schon so ein paar Gedanken gemacht. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir die Grundserie hier abdrehen. Und wenn alles davon fertig ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es weitere Videos geben wird mit unter anderem Dingen wie Eingabe von Büchern übers Frontend. Dass wir nicht mehr über das Backend die Daten eingeben, sondern über das Frontend. Da ist dann auch mit enthalten, wie ich zum Beispiel ein Bild, ein Cover hochladen könnte übers Frontend. Und dann immer alle Daten da pflegen, eingeben und speichern. Dafür brauchen wir dann natürlich auch ein Login. Das wäre das zweite Video, was man machen könnte. Oder vielleicht auch das erste, je nachdem. Aber das ist nicht die richtige Reihenfolge. Hier ist einfach so meine Ideen, die mir so gekommen sind. Ich nehme auch gerne noch Ideen und Vorschläge in den Kommentaren auf. Bitte schreibt mir da ruhig. Ich gucke mir alle Kommentare an. Genau, ein Login für die Eingabemaske, dass ich wirklich nur mit Benutzernamen und Passwort überhaupt Bücher eingeben kann. Oder vielleicht auch sogar nur einsehen. Ich weiß nicht, vielleicht möchte ich diese Liste öffentlich machen. Könnte man ja sogar sagen, man macht das optional, dass ich sage, ja, das soll öffentlich sein. Oder nein, ich möchte das nicht öffentlich haben. Genau, dann eine Sortierfunktion wäre noch was Schönes. Dass wir sagen können, wir möchten das Ganze gerne alphabetisch haben. Oder nach Abschlussdatum, wann habe ich das Buch fertig gelesen. Oder nach Autor sortieren. Sowas in die Richtung. Das nächste wäre ein Filter für die Liste, dass ich oben ein Inputfeld zum Beispiel habe, wo ich irgendwie mit Text eingeben kann, den Titel oder Autor oder was auch immer. Und dann passiert im Hintergrund eine Suche. Oder sagen wir nicht im Hintergrund, sondern wir füllen das aus, drücken Enter und dann wird die Liste gefiltert. Und darauf aufbauend, das schreibe ich mal dazu, der erweiterte Step, Erweiterung, Doppelpunkt, Ajax. Das heißt, dass wir über JavaScript die Suche sogar live filtern können. Das heißt, wir tippen was ein und im Hintergrund wird schon aktualisiert und dann erscheinen auch nur noch die Bücher, die wir da über den Filter rausbekommen. So, dann wäre super noch eine Pagination für die Liste, dass wir eben halt, wenn wir 100 Bücher haben, nicht alle in einer langen Liste haben, sondern dass wir Seite 1, Seite 2, Seite 3 und so weiter. Auch konfigurierbar, wie viele Bücher pro Seite angezeigt werden. Dann bauen wir noch eine Kategorisierung mit ein. Ja, Kategorien, zum Beispiel das Genre des Buches. Worum geht es da? Also Science Fiction oder Abenteuer oder Wissenschaftliches. Das heißt, dass man danach auch noch dann vielleicht filtern kann am Ende. Genau, und dann wäre noch eine Sache, dass wir den Autor ersetzen durch einen eigenen Datensatz mit einer Relation. Dass zum Beispiel ein Autor mehrere, also ein Autor keiner mehrere Bücher geschrieben haben. Und oben haben wir schon eingegeben hier, dass der Autor ein Inputfeld ist. Das heißt, ich gebe jedes Mal den Namen des Autoren ein. Und die Erweiterung wäre dann, ich erstelle einen Datensatz mit dem Autoren. Und den weise ich dann nur zu in einem Buch. Das heißt, ich habe eine Liste von Autoren. Und wenn ich schon einen Autor benutzt habe, dann kann ich den wiederverwenden. Man muss den eben nicht jedes Mal neu eintippen. Das wäre dann eine Relation zu einem weiteren Datensatz. Das wäre noch eine schöne Erweiterung. Ja, so, das waren so meine bisherigen Ideen, die ich für diese Extension habe. Und als nächstes schauen wir uns dann so ein bisschen die Voraussetzungen an, was ihr als Zuschauer braucht, um mitmachen zu können. Ich gehe natürlich davon aus, dass ihr Programmierer seid und PHP könnt und vielleicht auch schon mal ein bisschen was in TYPO3 gesehen habt. Vielleicht auch nicht. Also ich versuche es wirklich so einfach wie möglich alles zu machen und auch alles gut zu beschreiben. Wenn irgendwo nicht gefolgt werden kann, schreibt gerne in die Kommentare. Ich antworte dann auch gerne in den Kommentaren auf Fragen oder schreibt mich bei LinkedIn an oder wo auch immer. TYPO3 Slack bin ich auch als Thomas anders zu finden. Auch unter Naderio findet man mich da. Software, was muss alles installiert sein? Wir schauen uns gleich mal einmal die ganzen Links an zu den Installationen, was ihr alles braucht und was ich jetzt für dieses Tutorial verwenden werde. So, dann schauen wir uns als erstes mal an, was wir jetzt alles benötigen. Als erstes ist natürlich eine IDE. Eine IDE ist eine Software zu programmieren. Ich nutze persönlich PHPStorm. Möchte ich euch auch sehr empfehlen. PHPStorm ist für den TYPO3-Kontext auch sehr gut geeignet. Da es da auch viele Plugins und alles Mögliche gibt, womit man sich die Arbeit vereinfachen kann. Muss man natürlich nicht verwenden. Wenn man jetzt 1 zu 1 dem Tutorial folgen möchte, ist es am vorteilhaftesten. PHPStorm kostet allerdings Geld jeden Monat und ist für jeden, also nicht unter Umständen für jeden geeignet. Eine andere Empfehlung wäre zum Beispiel Visual Studio Code. Und das gibt es auch nicht nur für Linux. Also ich bin hier übrigens auf Linux zugange. Eigentlich arbeite ich nur auf Mac. Ich habe jetzt das Ganze mal auf Linux installiert. Versucht das hier mal für mich selber zu lernen, auch hier auf dem Linux-Rechner zu programmieren. Also ich mache wahrscheinlich auch einige Fehler, weil ich Tastenkombinationen und so ein bisschen neue lernen muss, die ich sonst normalerweise jeden Tag seit Jahren auf dem Mac verwende. Genau, gibt es für Windows, Linux und für Mac Visual Studio Code und ist eine kostenlose IDE. Also wenn man einsteigen möchte, ist das auch eine gute Alternative. So, das nächste, was wir brauchen, ist Docker. Docker ist eine Software, um Container zu verwalten oder Container zu verwenden. Container sind sozusagen kleine Server, die auf dem eigenen Computer laufen und da zum Beispiel ein Web-Server, ein Datenbank-Server und so weiter, womit eben halt das TYPO3 lokal zum Laufen gebracht wird. Also wenn wir hier über Programmierung für TYPO3-Extensions sprechen, ist das immer lokal zu verstehen. Ich empfehle niemandem auf einem Server direkt zu arbeiten. Und ja, Docker ist eben mal diese Container-Umgebung, die muss man einmal installieren, dann läuft das im Hintergrund und dann kann man Container starten. Zu dem Docker kommen wir gleich noch einmal. Es kommt noch eine Sache jetzt noch vorher und zwar ist das Homebrew. Homebrew sagt selbst, es ist der Missing Package Manager von macOS oder Linux. Also wenn ihr Mac oder Linux verwendet, dann kann ich Homebrew empfehlen. Mit Homebrew kann man sehr einfach Software installieren auf Mac und auf Linux. Das ist unter anderem jetzt der Punkt für DDEV. DDEV ist ein Docker-Provider. Mit DDEV können wir super schnell und super einfach neue Projekte starten, die eben halt auf Docker aufbauen. Das heißt, eigentlich müssen wir bei Docker alle Server, also Web-Server, Datenbank-Server, wenn wir noch irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich was haben, irgendeinen Cache-Server oder was auch immer, müssen wir diese ganze Umgebung selber bauen. Docker macht das mittels wirklich kleiner, kurzer Befehle alles super easy von alleine. DDEV benutze ich jetzt seit einigen Jahren ausschließlich für die lokale Entwicklung, weil das einfach so easy ist, damit zu arbeiten. Und ich werde auch ein paar Kleinigkeiten mal zeigen am Anfang, wie einfach das eigentlich ist, damit auch mehrere Projekte lokal parallel zu entwickeln. So, und dann haben wir das Letzte noch, das ist Composer. Composer müssen wir auch installieren. Das brauchen wir eben halt für die Installation von Paketen, wie zum Beispiel Typo3 oder auch Drittanbieter-Extensions, wenn wir welche installieren wollen und, und, und. Also Typo3, die empfohlene Variante, Typo3 zu installieren, ist über Composer. Und das ist sozusagen dann auch eine zwingende Voraussetzung für dieses Tutorial. Ich werde jetzt nicht viel näher auf die Installation der einzelnen Komponenten eingehen. Die ganzen Links zu den Sachen, Docker, DDEV, Composer, Homebrew und so weiter, werde ich alle in die Videobeschreibung packen. Es gibt überall gute Anleitungen, wie das Ganze installiert wird. Für DDEV zum Beispiel hier für Mac, Linux, Windows und so weiter. Homebrew braucht ihr nur auf Mac und Linux, das ist dann hier ein einziger Befehl. Und da könnt ihr euch selber einmal reingucken, das ist nicht schwierig. Man muss nur einmal ein bisschen da gucken, was in der Doku steht, wie man es installiert. Das ist relativ schnell gemacht und ihr seid in ca. 10 Minuten einsatzbereit. So, wenn das alles installiert ist, dann kann man anfangen, das Projekt aufzusetzen. Und das möchte ich jetzt im nächsten Part machen. Dies ist sozusagen die Einleitung für die Serie Extension Entwicklung für Anfänger in Typo3 Version 13. Und ja, dann freue ich mich wieder hier zu sein und ich freue mich, dass ihr auch wieder da seid. Oder für alle, die neu sind, schön, dass ihr da seid. Und ich hoffe, dass wir eine interessante Videoserie hiermit aufbauen können. Wenn Fragen oder Anregungen sind, immer gerne in die Kommentare. Ideen, was man da weiterentwickeln könnte. Ich baue diese Extension sehr gerne mit euch zusammen immer weiter aus. Ich mache für alles Videos, dass diese Extension komplett aufgenommen programmiert ist. Dass da nichts irgendwie Lücken hat, damit alles nachvollziehbar ist. Und die GitHub Repo, ne GitLab, ich werde es bei GitLab hochladen. Die Repos bei GitLab, die werde ich öffentlich machen, dass ihr da auch immer reingucken könnt. Und so auch der Serie immer folgen könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Dies ist Part 0, die Einleitung. Dann sehen wir uns in Part 1 wieder und setzen ein Projekt auf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Video. Tschüss. So und zum Schluss jetzt auch nochmal vielen Dank an Wolfgang Wagner für den Arschtritt, dass ich endlich mal wieder hier sitze und Videos aufnehme. Ja, hat mich sehr gefreut, mal das eine oder andere Bierchen mit dir zu trinken. Und das nächste Bier, wenn wir uns begegnen, das geht natürlich auf mich. Ja, dann auch dir hoffentlich viel Spaß mit dieser Videoserie und bis zum nächsten Part. Tschüss.